Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Uncharted 3. Ähm, wir sind jetzt nach Syrien gereist, nachdem wir in Frankreich in Feuer gesteckt wurden. Ich seh schon, wir müssen klettern. Ähm, um Chloe und den anderen da zu retten. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Denn auch wir wurden böse überrascht. Und wollen jetzt verhindern, dass Chloe und ihr Maka draufgehen. Denn die sind hier irgendwo, um Antworten für uns zu finden. Ich gehe oben entlang. Ich sage dir, wenn es sicher ist. Alles klar. Wow. Alles gut? Alles bestens. Alles bestens, Sully. Das muss so sein. Wenn das bei Drake nicht so ist, dann ist es kein, äh... ...kein guter Weg. Hä, 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 hä. So. Fensters auf. Sully, hier scheint keiner zu sein. Oh, 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 oh. Sully, hier scheint doch welche zu sein. Das habe ich gebraucht. Wo sind sie denn? Wo war das? War nix. Haltet die Auge auf. Äh. Ist da was? Nein. Achtung! Tschüss, Freunde. Ach, ich wieder weg. Beste Platz hier, wo wir sind. Ah! Er hat echt ein beschissenes Leben. Erst granatet er sich selber weg. Und dann... ...kriegt er eine Kugel in den Kopf. ...kriegt er eigentlich relativ ruhig aus jetzt. Wir wagen mal den Weg. Okay. Bisschen abgehangen. Sehr gut. Die sieht gut aus. Ich weiß nicht, behalten wir die Strohflinte erstmal, oder? Können wir ja eigentlich, oder? Na los, hilf mir doch mal! Wir behalten erstmal die Strohflinte. Oh, Entschuldigung. Oh ja, ich sehe schon. Aber hier kann man auch hoch. Aber hier ist nix. Geh zurück! Ja, sehr schöne Bilder hier. Lass mich runter. Lass mich runter. Ist da unten was? Okay, warte mal. Ich schaue es mir an. Oh Mann. Komm, mach mal hier eine Pause. Rauch mal eine. Tschüss. Oh fuck. Komm, du willst auch rauchen. Komm her. Die wollen alle nicht rauchen. Eigentlich müsste er ja von hier wieder kommen, ne? Dann könnten, könnten wir ihn ja auch packen. So viel zur Theorie. Oder aber wir nehmen die Strohflinte und pusten ihn einfach weg. Besser. Oh Gott, Orientierung verloren. Ist er weg, der hier war? Was soll's? Ich zerschieße das Schloss. Hallo, Sully. Oh Mist, komm schon. Sully, hilf mir mal. Hier wimmelt es von Agenten. Kassa und Chloe könnten Probleme haben. Könnten sie bloß sein. Da ist er gekommen. Was ist denn hier der richtige Weg? Hier bestimmt. Hier. Verdammt nochmal. Seid ihr nicht in Frankreich? Wir wollten euch retten. Vor wem denn? Wir dachten, ihr werdet entführt. Oder schlimmer. Aber wieso denn? Naja, Terbit überfiel uns im Schloss. Das war eine Falle. Wir dachten, sie sind euch auch gefolgt. Ja, ja, sie sind auf jeden Fall hier. Na, großartig. Dann sollten wir vielleicht leiser sein. Was war bei euch los? Wir erreichen euch seit 24 Stunden nicht. Ah, ich muss mein Guthaben aufladen. Du benutzt ein Prepaid-Handy? Mann, mit Vertrag ist doch krasse Abzocke. Was? Meins ist kaputt. Was? Okay, kommt. Vergessen wir's. Ihr glaubt nicht, was wir entdeckt haben. Ich habe alles hier. Nicht nur, dass Elisabeths Spionagenetzwerk bis hierher reichte. Sie waren alle Mitglieder einer Art hermetischen Geheimgesellschaft. Der britische Cold Secret Service, die School of Night, der Hellfire Club, die Order of the Golden Dawn. Sie gehören alle zusammen. Und John Dee? Und Francis Walsingham und Walter Raleigh und auch dein Kumpel Drake. Sie alle wussten Bescheid. Aber für sie ging es nur um die Macht. Die Feinde beherrschen mittels Spionage, Täuschung, Furcht. Hey, Leute. W-w-w-warte, warte. Und Malu und ihr Team? Sind vom selben Geheimorden. 400 Jahre später. Könntest du bitte endlich zum Punkt kommen? Ja, wir müssen echt machen, dass wir wegkommen. Klar, klar. Hier, schaut mal her. Quad est superius. Est sicud quad est inferius. Wie oben, so auch unten. Und das ist der Schlüssel zu allem. Wir müssen zum höchsten Punkt in diesem Schloss. Na, dann nehmen wir doch einfach die Treppe. Ah, geht doch. Mit diesem Hinweis könnten wir den Weg in die Gruft finden. Oh, da war nix. Ich dachte mal, Schatz. Der Eingang muss hier irgendwo versteckt sein. Sind wir schon oben? Da, das ist der höchste Turm. Okay, dann müssen wir also nur da rüber... Achtung. Oh, Mist. So ein Mist. Runter. Gut ist ja, dass wir zu viert sind. Zum Turm müssen wir an ihnen vorbei. Toll. Und was ist aufs Reinschleichen und Rausschleichen geworden? Was? Wir geben nicht auf. Ja, wir sind so nah dran. Kommt, wir finden einen Weg um sie herum. Was ich sagen wollte, wir sind zu viert, das ist schön. Gut. Talbot hat sich in Frankreich erledigt. Aber... Das heißt, die sind wahrscheinlich noch mehr. Äh. Äh. Oh. Alles gut, gar nichts passiert. Denkt sich so. Hä? Rauchen die schon wieder? Ja? 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 Wo, 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 wo! So, hab ich! Wo, 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 warum wir mal auf mich? Ja. Am Fuß des Turms ist ein Eingang. Also, gehen wir hoch und sehen, was los ist. Haben wir ja alle super erledigt. Na ja, fast zu leicht. Tor, perfekt. Charlie, hilf mir mal eben. Los. Durch? Ja, okay. Hupsch! Alles klar, runter. Komm, folgt mir. Aber was ist das für eine Pistole? Ja. Löt. Ist aber keiner. Hier hoch. Hör du! Hör du, wo kommst denn du her? Ja. Wird da nicht hingehen. Jetzt will ich auch noch mal boxen. A, ich bin nicht, bist du nicht, bist du nicht, bist du nicht. Oh! Oh, fuck! Ich bin nicht die Pistole. Willst du sie, ihr werdet! Und wir sehen, ihr werdet dich schon. Ja. Erledigt. Zauber Sully. Das erste Mal, dass so eine Art Juggernaut kam, oder? Oh. Was war denn das? Sind die doof? Schießt da einen auf mich, oder hab ich einen Schaden? Ich bin selber schuld. Ich glaub, wir hätten dicke Freunde werden können. Oh, fuck. Wohin denn? Oh. Kaka. 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 Was das? Hallo? Hallo? Wo muss ich denn hin? Kommen die nicht mit? Oh fuck Oh fuck Mann Fuck, 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 fuck Ah Zieh bloß weg, du Nicht touchen Tag, einmal zur Seite geschoben da den Penis Hier hoch, komm schnell Hier oben Hey, gebt uns Deckung, okay? Ja, aber ihr beeilt euch, okay? Ja, wir sind hier leichte Ziele Hi, hier, siehst du? Wie oben, so auch unten Aber hier sind wir richtig Ja, aber wofür sind wir hier richtig? Die Kreuzfahrer hätten den Eingang zur Gruft irgendwo gut sichtbar platziert Moment mal Ja, sieh mal Das Symbol ist auch auf Drakes Karte Direkt daneben Klar, der kleine Bär, der Polarstern Der Fixpunkt am Nachthimmel Wenn wir dem runter zur Burg folgen Der zeigt bestimmt zu unserem versteckten Eingang Könnt ich mal sehen? Ja, ja Ich will es zurück Ich kauf dir ein neues Nimm das Teleskop Mach ich, mach ich So, Polarbär Wenn du das Teleskop nicht benutzt, gib's her Ich find ihn Ich benutze es schon Und wie mach ich das? Oh Der sieht so aus So, wir müssen also den Polarstern finden Wie? Oh So Wo ist der Polarstern? Oh, guck mal hier Hier, hier, ich hab ihn Da, da, da Ich hab sie Okay, dann suchen wir mal den Eingang Er sollte direkt unter dem Polarstern sein Okay Oh Da ist er Hm, das ist aber sehr gut sichtbar Der so unauffällig leuchtet Leute Ja, eine Sekunde Etwas zu einfach, oder? Weit Vorsicht Runde Laufen, 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 laufen Habt ihr Leute, Beeilung Was ist denn los mit den Typen? Die machen hier alles kaputt Bewegung Ach, ein Drahtseil, so kommen wir rüber Nicht so lange sie auf uns schießen, Mann Achtung Oh Ohohohohohoho Der hat mich aber Habt nicht immer das Gewehr? Geht die Waffe, schalt sie aus! Wie? Schnapp sich immer das Gewehr! Geht die Waffe, schalt sie aus! Ahhhh Ahhhh Von diesen Verdammten Wollen die nicht übrig sein, wenn die vermessen Die geben nicht auf! Den hab ich Noch einer? Ich hoffe, schießt keiner mehr What? Ohohohoho! Woah! Alles klar! Ahhhh! Komm schon! Komm schon mirer! Auf! Kein Problem. Wir suchen einen anderen Weg und treffen euch. Vorsicht. Mist. Hey Mann, da! Der Turm. Was ist mit Sully und Chloe? Den geht's gut. Sieh mal, sieh mal. Da ist er. Sehen wir ihn uns an. Nein, das ist keine gute und weg ist er. Toll. Wir müssen leise sein. Fuck. Zusammen bleiben! Findet sie! Fuck. Dürfen wir nicht schießen? Die will ich. Das ist ne dicke Wumme. Da ist noch einer. Pass auf, während ich das Gebiet durchsuche. Mach mal. Äh. Fuck. Hallo. Bei ihnen, wa? Hä? Ja? Die sind hier. Die sind hier? Ja. Ja? Okay. Ja? Ja? Wenn ich mal wüsste, wie viele da noch sind. Okay, da hinten ist noch einer. Da ist noch einer. Mehr sehe ich nicht. Also könnte ich es fast wagen, den da wegzumachen. Wenn er zurück geht. Dann kann ich hier hoch, kann mir dann den schnappen. Da müssten eigentlich, eigentlich alle Wachen weg sein. Ich bin gespannt. Komm schon. Da oben ist noch einer. Da, guck mal. Oh, ich glaube, den Fiege ist nicht. Zack. Ich glaube, das war der letzte. Oder? Oder ist ja noch irgendwo einer. Also, ich sehe keinen. Hier ist aber noch zu. Das dann geht auch nicht. Wahrscheinlich habe ich irgendwo was übersehen. Läuft bestimmt noch irgendwo so eine Patrouille rum. Ich glaube, ich habe was gehört. Wo ist eigentlich unser Kumpel? Komm, ist fertig. Komm, ist fertig. Dann pasaщай. Hey. Hey. Oh, oh! Oh, sie ist ein Hammerloch! Nein, 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 nein! Erwischt! Das kannst du gleich von der Backe putzen hier! Oh! Wat für'n Tritt! War's das oder versteckt sich hier noch einer? Ah ja, jetzt kommt er auch endlich! Guter Typ! Komm, hier lang! Ganz genau! Ich hoffe, wir müssen hier rein, ne? Hehehehe! Hehehehe! Oh! Das ist ein... Ja! Oh! Ich wusste, dass das zu einfach wäre! Warte, 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 warte! Vor tausend Jahren war das kein Lagerraum! Nein, 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 Mann! Wir übersehen etwas! Hey, warte doch mal! Die Statuen, siehst du? Eine an oben, eine unten! Ja! Sieh mal! Oben! Unten! Es ist dasselbe Thema! Wieder und wieder! Also eine weitere Brotkrumme auf dem Weg? Hm, es sieht fast so aus! Gibt es Teleskop? Ja, klar! Danke! Was suche ich jetzt schon wieder? Äh... Statuen? Hey! Da ist das Symbol wieder! Also soll ich jetzt Statuen suchen, ja? Ich würde aber sagen, bevor wir das suchen... Ich sehe gerade, die Folge ist schon fast Ende. Also, die Zeit ist schon sehr weit fortgeschritten. Werde ich die Folge nochmal beenden. Ich bedanke mich fürs Zugucken bei euch. Lasst mir was da, passt auf euch auf und bis dahin. Ciao, ciao, Freunde!